Die Frischlingsparade wird Ihnen präsentiert von der ProVita Gesundheitsversicherungs AG und der Neuburg Garage, Ihrem Mitsubishi-Vertreter in Winterthur. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Frischlingsparade. Begrüssen Sie Ihren Gastgeber, Marco Fritsche. Begrüssen Sie Ihren Gastgeber, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Frischlingsparade in Winterthur. Schön sind Sie hier. Herzlich willkommen auch alle daheim an der Bildschir, meine guten Stobbe und Telekopp. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass wir heute wieder volles Haus sind, aber es lohnt sich auch dem, meine Damen und Herren, der Künstler, der jetzt gerade diese Bühne betritt, ist ein Preisträger. Er hat den Swiss Comedy World 2009 gewonnen und ich freue mich jetzt schon, nicht bis sein Programm, wo er uns spielt, fertig ist, aber bis ich dann endlich kann fragen, wie denn der internationale Durchbruch nach dem Gewinn des Swiss Comedy Awards so aussieht. Weil er hat jetzt unterdessen so zwei, drei Tage, Monate, Erfahrungswerte, wo er uns dann vorweisen kann. Aber ich kann Ihnen sagen, Sie werden ihn lieben. Den Herbert Haggi kennen die einen oder anderen schon. Ja, jetzt sind ja auch wissende Gesichter drin. Oder tut zumindest so, ich bin nicht ganz sicher. Reto Zöller sagt aber allen etwas vom Namen, aber welchen den Preis gewonnen hat und welchen viele von Ihnen sicher schon sehen. Er ist jetzt vielleicht nochmal der frischlichste Frischling. Habe ich gesagt, frischlichste Frischling? Das existiert nicht. Nicht der frischischste Frischling, aber es ist schön, dass wir uns in der Frischlingsparade hier auf der Bühne im Casinotheater ist. Meine Damen und Herren, jetzt einen herzlichen Applaus mit seinem aktuellen Programm Seitenscheitel, Reto Zöller. Danke vielmals. Danke vielmals. Hey, habe ich Glitter als Wochenende wieder? Michael Schumacher ist bis zum Comeback-Versuch nur Sechster geworden. Als Schweizer Steuerzahler ist das ein herber Schlag für uns. David Beckham hat die Achillessehne gerissen und der FC Basel ist immer noch nicht näher gekommen an IB. Wobei das ja auch seine Gründe hat. Der Trainer Thorsten Fink vom FCB Wer ihn kennt, weiss er, will immer mehr He gehört, es gäbe ich da Saudi-Arabia Ein Spieler, den er einfach mühse gseh'n Er nimmt Frau Öhri mit in Nahen Osten Sie hilft immer, wenn er geht, go posten Wo sie ne gseh'n will klar, der hätt schuttet wunderbar Schiesst in einem Spiel vier Goal und eins abfuscht Frau Öhri startet drauf ein Telefon Aus Basel schickt sie gerade ein paar Millionen Mit dem Geld in der Tüte geht der Fink beim Scheich läuten Er weiss so ein paar Millionen Länge gewöhnt Der Scheich muss da verantwortet Bei Allah Der Spieler will ich euch so auf keinen Fall Weil Geld brauch ich nicht mehr Hab genug Importmonet Doch die Gidieure, die würd mir noch gefallen Der Thorsten meint, leck Bobi, was er will Sieg und verschammt bedingig von der Stelle Die Gidie gäbe er nie her Sonst würd ich's zu Basel schwer Der soll ihn halt behalten, Gott verdälli Beim Rückflug gehört in die Gidie paar mal stöhnen Doch tut die Thorsten nicht gern länger klönen Hab gleich drauf aber schon Der Paläsetter genommen Der nicht mehr so gut isch g'si Der für einen schönen Ich bin froh, dass Sie jetzt da geklatscht haben Ich war nämlich noch mittagsusicher, ob ich das bringen soll Ob das passt, ein Fussball-Lied da vor einem Kulturpublikum Ist ein wenig wie wenn an einer Dignitas-Versammlung ein Nothelferkurs anbietet ist Ich bin letztens von einem Auftritt nach Hause gekommen Noch ein bisschen aufgekratzt Darum nicht gleich ins Bett Auf das Internet Gummisurfen Da stösse ich per Zufall auf einen IQ-Test So, etwa 30 Fragen, das Zeug zackig gelöst Auswertung IQ 106 Das hat jetzt doch ein bisschen mehr Reaktionen erwartet 106 ist nicht so schlecht Gut, ich weiss nicht, was Sie haben Ohne daran hatte es noch einen Link zum einen Prominentenvergleich Karl Hirschmann, IQ 95 Dann Shiva Maik hatte es 101 Hans Rudi Merz 105 Ist alle da Und äh, wie ich auch 106 Da haben Sie hinter sich Da wollte ich jetzt nicht bleiben Das habe ich gleich nochmal gemacht Dann lange eine Frage umstudiert Was ich zuerst mal falsch hatte Taxifahrer Salicki chauffiert durchschnittlich zwei Personen Und darf pro Abend ein Glas Wein trinken Wie viel darf Garfahrer Gietzen dann ertrinken Der mit 60 Personen unterwegs ist Das Kreuzchen einfach am anderen Ort wie das erste Mal gemacht Und prompt Auswertung IQ 108 Prominentenvergleich 108 Peter Räber Gerade ein Lied anfangen zu schreiben Um zu schauen, ob das auch so gut kommt wie beim Peter Und entstanden ist das Werk da Ich weiss bestimmt nicht alles Doch etwas weiss ich genau Und hinter dunklen Buchen Ist auch jeder Himmel blau Ich weiss ich auch noch das Dass man im Tunnel bald kann gseh' Es kommt ganz am Schluss ein Lichtli Und ich weiss sogar noch mehr Ein Servila vom Kühler braucht Ein Grill mit zu warmem Kohlen Ein Fältli braucht Botox Das es sich gut erholen kann Ein Tassanova braucht Ein Leiter zum Fenstersimsle Und jeder braucht seine Insel Jeder braucht seine Insel Jeder braucht seine Insel Ich glaub bestimmt nicht alles Doch etwas glaub ich schon Ein Kind braucht auch mal die Peitsche Bis zum Zuckerbrot wird kommen Ein Hammer braucht die Nägel Weil nur so scheint für ihn die Sonne Ein Hamster braucht sein Rädli Und ein Froschkönig sein Brunnen Ein Rost braucht sein Metzger Jeder Schweizer braucht sein Gewehr Mit dem im Arschlag macht doch Mengen Einbrecher ein Kehr Und alle brauchen eine Bank Das es sich ersparte Für die Insel Jeder braucht seine Insel Jeder braucht seine Insel Jeder braucht seine Insel Ein Pfarrer braucht eine Kirche Eine Kirche braucht nichts Und Leute brauchen die Predigte Das ist nichts Doch die Kirche nicht Und die Predigte brauchen Ein bisschen Geist Um sie zu verfassen Dass die Leute Die uns freut haben Bevor es nachher geht Gehen jassen Und das Jassen braucht Ein Teppich mit Vorteilen Aus China Der ist ganz billig Und die gespielten Karten Schliffen prima Und China Das braucht Taiwan Ganz egal Wie fest die Winsel Denn jeder braucht doch eine Insel Hu 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 Jeder braucht doch eine Insel Applaus Ich για schlucken als Kleinkünstler wird man nach der Vorstellung immer wieder mit Fragen konfrontiert ähnlicher Art können sie davon leben ist so die eine und die andere, was machen sie denn sonst so und zu dieser zweiten Frage bis vorbeugen habe ich das sonst so in ein paar Geschichten verpackt und das notiert und würde jetzt eins sonst so Ihnen noch vorlesen, ich tue sonst so zum Beispiel Zugfahren weil ich sehr gerne im Zugfahren Texte schreibe und handelt von einer Zugfahrt Belinzona Art Goldau Auch ich verdiene mal Tage, an denen sich das Glück mit Anlauf um meinen Hals wirft Ich löse am Ticketautomaten am Bahnhof Belinzona eine Fahrkarte nach Art Goldau Was bin ich überrascht als ich unter meinem soeben gelösten Fahrschein nach Art Goldau ein vergessenes Erstklass-Ticket nach Flölen versteckt Ich spaziere also auf dem Bahnsteig nach vorne zu jenem Häufchen wartender Zeitgenossen denen man schon an der Körperhaltung anmerkt dass sie für die erste Klasse geboren worden sind Was gibt es Schöneres als Erstklassik in einem funktionierenden Schisalpino durch die Leventina zu schwanken Kurz vor Airolo der Schaffner kommt Ich zeige ihm meine beiden Tickets Das Erstklass-Ticket sei ungültig meint er da der Zug in Flüelen nicht halten würde Wenn ich in der ersten Klasse sitzen bleiben wolle müsse ich einen Klassenwechsel Belinzona Art Goldau nachlösen macht 13.50 Franken Ich schmunzle gewinnend und versichere ihm dass ich auch ohne Halt in Flüelen nur bis Flüelen erste Klasse fahren werde Darauf er ansteckend zurücklächelt Flüelen existiere SBB-technisch für diese Fahrt gar nicht da der Zug da keinen Zwischenhalt habe Ob wir denn eine Ausweichroute nehmen gebe ich in gespielter Naivität zurück Nein natürlich nicht nach Goldau müsse man selbstverständlich über Flüelen Aha Ich spüre ich habe ihn schon etwas in die Enge getrieben Also existiert Flüelen SBB-technisch doch für diese Fahrt Er brummelt etwas Unverständliches und tippt auf seinem roten Kästen herum das ihm wie eine Damenhandtasche von der Schulter hängt Eine Übersprungshandlung weiß ich noch aus dem Mittelschulbiologieunterricht Die schwangere Dame im Nachbarabteil verdreht vielsagend ihre Augen Ich merke instinktiv auch sie ist auf meiner Seite Dadurch ermutigt setze ich einen drauf Wenn er am Morgen vom Badezimmer zur Küche gehe Ob seine Frau im Schlafzimmer ehetechnisch auch nicht existiere Sein Kästchen rattert Ich nehme Fahrt auf Und ob er wenn er beim Tontaubenschießen ein Wildschwein trifft die Tontaube aber in der Frontscheibe eines Reger Helikopters einschlägt Der Pilot nie Er reißt den rot-blauen Zettel ab und hält ihn mir vor die Nase Der Zug halte nicht den Flüelen Theoretisch hätte ich vielleicht recht aber praktisch sei dies nicht relevant Er diskutiere nicht mit renitenten Fahrgästen Er hätte Anweisungen und sei seit jeher konsequent Da ich nicht weiß was renitent meint ihm das aber auch nicht zugeben möchte zahle ich kleinlaut die 13 Franken 50 Er dreht sich zur schwangeren Frau um die ihre Solidarität mit mir durch eine vielsagende Grimasse kundtut als seinem Handy die Melodie von Stairways to Heaven entfährt Die auf sein Hallo folgende 3-Sekunden-Pause weist untrüglich auf die meistgenannte Mobiltelefonfrage hin Von hinten rufe ich Richtung Hörer Theoretisch sind wir irgendwo verflüelen praktisch aber nicht Schwungvoll dreht sich der Schaffner um Von der Theorie des Mittelschul Physik Unterrichts weiß ich noch dass die Zentripetalkraft geschwungene Objekte von der Drehachse weg nach außen treibt Praktisch kann ich seinem roten Kästchen zusehen wie es durch die schnelle Drehung des Schaffners meiner Komplizin wuchtig in den Nacken fährt sie revanchiert sich zu unseren Gunsten auf ihre Weise ich habe vorher noch nie gesehen wie bei einer schwangeren Frau das Fruchtwasser abgeht an den Reaktionen der anderen Erstklässler spüre ich aber deutlich diesen atmosphärischen Wandel der besonderen Naturereignisse seit Menschengedenken begleitet laut spreche durchsage ob sich ein Arzt im Zug befände kurz darauf stürmt eine junge Frau durch die Tür des Zweiklass Waggons herbei die sich als Krankenschwester ausweist ich will den Schaffner schon fragen ob man nicht auch bei dieser jungen Frau SBB technisch von einem Klassen Wechsel sprechen müssen und ihr konsequenter Weise als es noch besser kommt die Frau müsse sofort ins Spital wo wir gerade seien theoretisch beginne ich strahlen der Schaffner fährt mir ins Wort Not Halt in Flüelen Nach dem Halt in Flüelen wechsle ich nicht ohne eine gewisse Genugtuung in die zweite Klasse von weitem sehe ich den Schaffner kommen ohne Worte drückt er mir 13 Franken 50 zurück in die Hand man muss es ihm lassen ein Mann der mit Niederlagen umzugehen weiss es und mit dem letzten Lied möchte ich mich von Ihnen verabschieden Merci vielmals fürs Zuhören wieder einen schönen Abend und bis später ein gutes Zuhause kommen vor allem die die mit dem Flieger unterwegs sind Wind Nordost über dem Rhein Dün Weit um dröhnen zwei Motoren da fliegt ein Sport Flugzeug vorbei der Mann hinten Reinhard vorne sie schwebt zufrieden übers Land über die Berge des Schaff raus Reinhard stört mit Deine Hand, der Manni tut Füße, der Reinhardt singt sehrlich über den Wolken, da ist es so schön. Alle Ängste, all die Sorgen, lala, sind hier oben verborgen, oh ja. Die Aare da unten ist wirklich ne Pracht, der Manni erwacht, ruft nach Füren, das ist der Reinhardt, die Aare ist nicht da im Norden. Das Schleifende, hocht gerade her, sieht er bei, das Benzin wird knapp, das macht ihm Sorgen. Schau, der Sprit, wir müssen landen, Reinhardt singt die schöne Ähre. Hey, davor hess' verstanden, eine so wunderbare. Und über den Wolken bin ich immer so grenzenlos frei. All die Ängste und die Sorgen, lala, sind hier oben verborgen, oh ja. Reinhard, der Danklos, mer flüge nem Witt, aber Reinhard gehört nüt. Aber los rüft mani Hinde, Gopfrich tut's mir hein' jetzt Zwelli. Reinhard singt, ich lieb' die Winde, mani Landeskopferteli. Sonst kähen wir da in's Dauch, Reinhard singt, ich schönen Hügel. Ich begreif endlich am Auch, wie breit sind meine Flügel. Und über den Wolken muss die Freiheit, doch auf's Mal wird's still. Nämlich will nicht das Benzin jetzt ausgehen, auf's Mal schwiegen beide. Hei gar nüt mehr g'set und der Flug über Wacher vom Flugplatz schmerlatt. Er hat seinen Job gründlich satt. Er fühlt sich einsam in seinem Häuschen. Am Wochenende ist besonders schlimm. Ist müde, braucht die Lebe schnell mal ein Fäuschen. Der Boden wankt, liegt unter ihm. Er nimmt noch ein Damp-Paris-Oda. Weiter über ihm ist das Nebelmeer. Am Radarschirm verschwindet ganz langsam. Ein Punkt, das gibt's auf's Mal nicht mehr. Es ploppt für uns, er gehört zwei Stimmen. Rüfe laut vom Windzack her. Ein Sportflugzeug steckt senkrecht dinnen. Er schaut auf's Glas. Schon wieder leer. Die Musik bereitet ganz langsam. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ein herzliches Applaus für Reto Zöller. Vielen Dank. Reto, Seitenscheitel hat das aktuelle Programm und du schon eine Weile mit ihm unterwegs bist. Dort kommt aber Herbert Hägi, den ich am Anfang auch erwähnt habe. Wieso ist er heute zuhause? Ja, er hat das Problem mit seiner Mutter im Moment. So kommt es. Er hat dann auch im Programm Seitenscheitel Probleme mit seiner Mutter, aber heute sind sie drastischer geworden. Ja, sie hatte einen Unfall im Aquafit. Okay. Aber wie es jetzt gekommen ist, kann ich jetzt nicht erzählen, es wird zu lange dauern. Du arbeitest auch mit Erwachsenen in der Erwachsenenbildung. Du bietet auch Lektionen und Kurse an für Firmen. In welchem Bereich spielt sich das Appleto? Früher, vor 4-5 Jahren, gab es sehr stark Kommunikationskurs mit so vielen Theaterelementen. Und das hat sich jetzt ein wenig gewandelt. Im Moment sind es Improvisationskurs, Spontanität, alles in diesem Bereich auftreten und solche Geschichten. Wege zur Improvisationskompetenz, habe ich mir hier aufgeschrieben auf meinen Zettel, weil ich Angst hatte. Ich vergesse es hier. Ja, ist das Langwort. Wege zur Improvisationskompetenz klingt eigentlich fast wie ein Programmtitel. Ja. Du machst das aber ernsthaft. Ich habe früher auch hier auf der Casino-Bühne im Impro-Theater gespielt, wo da jeder Zettel, glaube ich. Theatersport. Theatersport. Einmal pro Monat da ist und von dort her, das ist ja eine Sache, die ganz viel Übung braucht. Und wenn man so etwas in der Schulung tätig ist, merkt man, dass man viele von diesen Grundübungen in der Schulung übernehmen kann. Und die brauchen zum Managertraining, zum Mitarbeiter-Schulung in diesem Bereich einfach mit den Leuten zu arbeiten. Und die müssen dann sehr viel tun, die müssen sich sehr viel bewegen und sehr viel den Kopf lüften. Und das ist für mich sehr lös. Und da schliesslich den Kreis wieder zum Aquafit, habe ich das Gefühl. Einfach ohne Wasser, oder? Ja. Für dich sehr lösig. Was macht dir mehr Spass? So eine Erwachsenenbildung oder so Firmen ein wenig auf den Vordermann bringen, rein sportlich? Oder die einfach mal so richtig durch zu knuschen oder da auf der Bühne stehen vor einem Publikum? Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich spiele extrem gerne. Ich spiele gerne auf der Bühne, ich spiele gerne mit dem Publikum. Aber auch in der Erwachsenenbildung, da kommt es ein wenig darauf an. Es gibt Firmenchefen, die finden, ihre Mitarbeiter hätten es sehr nötig, mal ein Seminar zu besuchen. Und die schicken dann die ganze Stuff zu mir. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte in diesem Moment. Und einfacher und spannender ist, wenn Leute sich frei anmelden und das wollen. Freiwillig kommt einfach schon besser. Ja. Das ist meistens wahrscheinlich auch für die Agne. Aber jetzt, meine Damen und Herren, für den Reto Zeller noch mal einen herzlichen Applaus. Danke vielmals, dass ich da war mit Sighting Sighting. Der Reto Zeller. Die Frischlingsparade ist Ihnen präsentiert worden, von der Provita Gesundheitsversicherungs AG und der Neuburkirche. Die Garage, Ihrem Mitsubishi-Vertreter in Winterthur. Weideöreices. 2 1 1 1 2 1